Kennt ihr alle vom Krümelmonster. Ich bin nicht das Krümelmonster, ich bin der Ferti mit dem nächsten Videodeal. Ich habe heute für euch, schau mal, diese schönen Kerzen, Stumpenkerzen, Motivkerzen. Das sind acht Stück und das Schöne ist, die werden gar nicht heiß, weil es LED, stelle ich mir ins Gartenhaus oder auch in den Garten oder ins Fenster. Die kann ich leuchten lassen, brauche ich nicht darauf achten. Passiert ja nichts. Da kann man sich die Pfoten nicht verbrennen. Sieht aber täuschend echt aus. Einen schönen Sommerabend mit Kerzen. Ist ja jetzt im Moment offenes Feuer gefährlich, ist alles furztrocken. Die kannst du immer hinstellen und es ist echt Wachs. Fühl mal, das ist echt Wachs. Und Hightech vom Feinsten. Guck mal, An- und Ausschalter und hier kann man sogar diese Flacker-Funktion noch anschalten oder ausschalten, mit Flackern, ohne Flackern. Und das Ganze hat hier einen Timer. Das heißt, guck mal, der Mitte ist aus und dann kann ich den Timer einstellen. Entweder, ich glaube, acht Stunden, acht Stunden steht da, oder vier Stunden. Dann leuchtet die Kerze in dem Moment, wo ich sie einschalte, für vier oder acht Stunden und dann geht sie aus. Und am nächsten Tag geht sie um die Uhrzeit, wie ich sie heute eingestellt habe, wieder an. Also heute Abend 18 Uhr eingestellt, acht Stunden leuchten, aus. Morgen 18 Uhr geht das Licht wieder von alleine an. Das ist eben diese Timer-Funktion. Wir haben die hier. Schaut sie euch mal an. Und das Geilste daran ist, hier habe ich noch mal die Originalverpackung mal aufgemacht. So sind die verpackt. Und da im Karton, guck mal da drunter, das ist noch mal locker für, was kosten das Zeug, 10, 10, 12 Euro Batterien drunter. Die sind schon dabei. Das heißt, ihr könnt die Kerzen sofort startklar machen und sofort drauf losleuchten. Die haben wir bei euch. Ich habe mal geguckt im Internet. Findest du sowas von HSE24. Wird gerade bei Amazon verkauft für 24,99 Euro. Plus vier Euro Versand sind 28 Euro. Wir machen euch nicht ein Paket, sondern zwei Pakete packe ich euch zusammen. Das heißt, 28,4... Was habe ich gesagt? 54 Euro beides zusammen? Ne, 56 Euro beides zusammen. Wir machen euch... Was machen wir mal? 30 Euro? Ach, Quatsch. 20 Euro. 20 Euro für beide Pakete. Und Versandkosten, Schmerz, Linderungsbeitrag. Miss, den habe ich vergessen. Ach, weißt du was? Ich schenke euch die Versandkosten, sechs Euro. Schenke ich euch auch noch mal. Ist das ein Hammer? Dann haben wir jetzt einen Nettopreis von 14 Euro. Sechs Euro heimster die Post ab. Also, 20 Euro für dies Teil und für die ersten zehn Besteller. Warte mal, da habe ich was. Ah, für euch habe ich Blumen dran. Guck mal, eine echte Glasvase. Richtig stabil, schwer. Oh, das Wasser. Da ist gar kein Wasser drin. Aber täuschend echte Blumen. Oh, die duften sogar ein bisschen. Die ersten zehn Besteller kriegen von mir ein Strauß Blumen. Jetzt ganz einfach vorne, hinten, oben, unten klicken. Rechnung abwarten. Und dann ist der Deal offen weg zu euch, wenn ihr bezahlt habt. Bis denn. Ciao. Ciao.